Ist das in Ordnung, Siegfried? Ja. Ihre hauptsächliche Splitterwirkung erzielt die Handgranate zwar in einem Umkreis von bis zu 15 Metern, einzelne Splitter können jedoch erheblich weiter fliegen. Fassen wir nochmal zusammen. Also, Kappe abschrauben, Schnur ziehen und das Ding ist scharf. Jetzt. Mit weitem Schwung ausholen, werfen und sofort in der Kunde. Bedenkt, nach dem Ziehen der Schnur habt ihr ganze viereinhalb Sekunden Zeit bis zur Detonation. Gibt es noch Fragen? Also gut. Christoph, komm. Abziehen, ausholen, werfen, Deckung! Geht hier? Ja. Ach, Schrauben. Ja. Ach, Schrauben. Ja.